Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, normales Tageshoroskop für den 3. Oktober 2021. Man kann natürlich aus diesem Tageshoroskop starke Tendenzen herauslesen für die nächsten Wochen. Und wir haben die Sonne zum Beispiel als Herrscherin des 11. Hauses am Aszendenten. Ich glaube, bei Sonnenaufgang steht die Sonne meistens am Sonnenaufgangspunkt. Das ist ein Phänomen, aber das kann man halt nur schwer erklären, aber es ist so. Also das würde bedeuten, dass hier jetzt im Fokus des Interesses die Gruppenbildung steht. Ich interpretiere das jetzt einmal nur auf uns bezogen. Ich lasse einmal hier die Behörden außen vor. Also Herrscher von 11, Spitze, erstes Haus. Und dieses Thema ist auch sehr angeregt, sehr angeheizt. Also hier tut sich jetzt sehr, sehr viel. Warum? Weil der Mars als Herrscher des 7. Hauses sozusagen die Sonne aktiviert, stimuliert, anheizt. Also hier tut sich was. Hier wird man jetzt aktiv. Habe ich es jetzt doch der Roten. Also hier wird man jetzt aktiv auf diesem Thema Gruppenbildungen, Gemeinschaftsbildungen. Und wir haben die Venus nicht nur als Herrscherin des 1. Hauses im 2. Haus, sondern die Venus ist auch die Herrscherin des 8. Hauses. Also das heißt, die Besitzachse, die Erbschaftsachse, aber auch die Verlustachse wird hier stark hervorgeroben. Und wir können natürlich daraus ablesen, wenn ich jetzt das 1. Haus für Deutschland, für Österreich, Mitteleuropa sehe, dass wir hier derzeit in einem großen Niedergangsprozess uns befinden. Ist relativ leicht zu erkennen. Ich schaue nochmal die Gerade der Venus. Aber das sind noch Steinbockgrade. Nach 25, 18 sind bereits Wassermanngrade. Also falsch geraten, aber trotzdem irgendwie so knapp vorbei ist auch daneben. Das heißt, wir haben hier die Venus auf Wassermanngraden. Und das bedeutet natürlich große Nervosität, Hektik und natürlich auch eine schwere Verspannung in sich selbst, weil die Venus im Skorpion steht. Und Wassermann steht bekanntlich im Quadrat zur Venus. Und wir sehen auch den zweiten Herrscher des zweiten Hauses, Pluto, im vierten Haus stehen, auch rückläufig. Und das bedeutet dann natürlich, dass hier, ich meine, das ist jetzt nur eine Energie. Auf Samstag bezogen kann man jetzt sagen, die Leute gehen jetzt in die Wälder mit den Rucksäcken und mit den Taschen und sammeln halt das Holz zusammen. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man geht Pilze sammeln, Schwammeln, Brocken, wie man bei uns sagt. Also das heißt, man geht in die Natur hinaus, weil der Pluto, würde ich sagen, ist jetzt nicht so unbedingt in seiner Rückläufigkeit schon gar nicht. Das erfolgsversprechende Konzept. Aber wir können auch hier eine Stimmung ablesen. Das ist der Bevölkerungsspitze Viertes Haus im Steinbock. Dass es den Leuten nicht gut geht. Das kann ich daraus sehr schön ablesen. Und die Stimmung ist auch sehr angespannt. Herrscher von vier in vier, Saturn. Auch hier sehr ernst, sehr große Ernsthaftigkeit. Das Land des Lächelns, die Dauerparty sozusagen ist vorbei. Und die Leute wissen, dass es ernst ist. Weil Spitze Viertes Haus im Steinbock heißt auch etwas. Schauen wir uns mal die Gerade an. Die Gerade 13 Grad 20. Das klingt so wie Jungfraugrade, würde ich mal sagen. Wenn ich, ja, von 12,5 bis 15 Grad haben wir Jungfraugrade. Also das heißt, hier ist auch viel Arbeitswilligkeit, viel Fleiß, viel Einsatz. Die Leute wissen, worauf es ankommt. Also viele wissen es, worauf es ankommt. Und wie gesagt, hier dieses Quadrat zwischen Venus und Jupiter. Jupiter im fünften Haus. Das ist für mich so, hat irgendwie so den Beigeschmack der 20er Jahre von vor 100 Jahren. Als die Leute auch gefeiert haben. Als die Leute auch sozusagen gesagt haben, heute ist heute. Wir wissen nicht, was wir morgen noch für unser Geld bekommen werden. Interessant sind für mich die Differenzen in den öffentlichen Medien und im Internet. Im Internet wird von einer dramatischen Erhöhung der Gaspreise gesprochen. Die reden davon bis zu 100 Prozent. Und in den Nachrichten, was ich gestern zufällig, ich habe das Autoradio dummerweise kurz eingeschaltet. Und da wurde uns tatsächlich erzählt, also die Gaspreise werden so um die 5 Prozent steigen. Also wie gesagt, es war ein Fehler, das Autoradio eingeschaltet zu haben. Ich habe es dann leider zu spät ausgeschaltet. Kann vorkommen. Ist es so. Macht aber nichts. Wir haben noch folgendes. Wir haben hier Neptun im sechsten Haus als Herrscher von 6 in 6. Ist natürlich, ist natürlich sechste Hausbesetzung ganz, ganz schlecht. Passt überhaupt nicht. Und wir sehen auch, dass hier dieses Frostschutzthema, dass das eigentlich abgesehen davon, dass es ein Wahnsinn ist, aber abgesehen davon ist es hier in einem Auflösungsprozess, in einem Vernebelungsprozess. Und naja, das haben wir ja die letzten Tage gesehen, es wird gelogen, was das Zeug hält. Und hier Herrscher von 5 in 8, also das heißt Spiel, Spaß, Sport, Freude, Urlaub, Unterhaltung etc. Das ist vorbei. Also Herrscher von 5 in 8 lässt hier keinerlei Zweifel offen, worum es geht. Und das ist natürlich das Thema der Themen, seit das Ganze hier ausgelöst wurde. Es geht einfach darum, wie Sie das so schön gesagt haben, The Great Reset. Und das erkennen wir hier, dass die Resultate bereits da sind. Und weiter zum dritten Teil. Ende.